Gute Nacht, Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir besuchen wieder ein Promi bei Nacht. Und zwar ist es Max Kruse und es gibt zwei Funfacts. Nummer eins, es ist... Es ist 1.53 Uhr. Wir haben Donnerstag früh. Und der zweite Funfact ist, Max weiß nicht, dass wir kommen. Normalerweise schreibe ich den Promis immer, hey, ich komme in der und der Woche, dass sie zu Hause sind. Max habe ich irgendwann mal gefragt, ob ich kommen kann. Und dann dachte ich heute so, ey, ich weiß, er ist zu Hause. So, fahren wir mal hin. Ich und Max waren heute wie so verabredet, weil ich habe hier noch Trikots, die müssen unterschrieben werden. Für ein paar Kumpels, Wilke, Udo, ihr wisst ja, die freuen sich, wenn ich vorbeikomme und sowas mitbringe. Max hat mir dann geschrieben, wann kommst du denn? Donnerstag. Ich so, ja, sag du. Er so, ja, 11 Uhr. Und ich habe einfach nur eine Eins zurückgeschrieben und meinte, yo. Und er so, nee, nicht 13 Uhr. Ich habe ja auch 1 Uhr gemeint. Und er weiß nicht, dass wir kommen. Also die Chance steht hoch, dass er sagt, verpiss dich, du Wichser. Mal gucken, ob er schon schläft. Boah, mir ist das schon ein bisschen unangenehm. Hallo, du, wir sind doch um 1 Uhr verabredet, habe ich dir geschrieben. Mach mal auf, ich habe die Trikots bei. Ich habe dir doch geschrieben um 1 Uhr. Ja, lustig. Kommt rein. Ja, kommt rein. Jetzt bin ich mal beim Fußballprofi zu Hause, Max. Top-Uhrzeit hast du ja ausgesucht. Hast du schon gepennt? Äh, ich war gerade am Eindecken, hätte ich gesagt. Scheiße. Doch, ich habe schon... Ich wollte eigentlich mit dir Call of Duty spielen, dich dann schlafen gehen lassen, eine Stunde. Ja, ich bin gerade tatsächlich... Ah, Pepe, mein Portemonnaie, Max kriegt noch Geld. Eingeschlummert bin ich gerade. Du kriegst noch 250 Euro? Ja. Wollen wir jetzt Steinschere, Papier machen, doppelt oder nichts? Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Nein! Vorm Schlafen gehen nochmal auf 500 erhöht. Liebe Dank, das passt. Warum bin ich überhaupt gekommen? So, dann zeig mir doch mal deine Wohnung. Wie wohnt ein Fußballstar? Ach, ähm... Ja, ein Fußballstar lebt aus Koffern. Hast du Besuch? Äh, nein. Ach, die Lara ist gar nicht da? Doch, doch. Die Lara ist da. Ach so, ja. Aber ich habe so fast kein Besuch mehr. Ach so, ja. Also das ist ihr Koffer. Ist die weggerannt? Wir haben noch keinen Schrank. Äh, also der fehlt noch auf der Seite. Wie lange bist du jetzt schon in Berlin? So seit 8, 9, 10 Monaten. Okay, Timo, kommt ruhig, keine Folge. Nur weil wir hier beim Fußballprofi sind, der Millionen verdient. Genau. In so einem Bett schläfst du? Ja, eigentlich schlafen wir hier, aber gerade schlafen wir im anderen Zimmer, weil die Heizung hier ausgefallen ist. Wir haben Juni. Ja, aber auch hier Bodenhalter und so. Keine Folge, Timo, du bist so zurückhaltend, Pepe. Kommt. Ja, auf jeden Fall, deswegen ist hier alles ein bisschen durcheinander. Die Lara hat ihre Sachen hier überall platziert. Sind das teure Taschen? Ja, kann man schon so sagen. Hast du eine hier gestrickt? Und nein, die habe ich hier nicht gekauft. Ach so, nee, aber sonst könnten wir eine verlosen. Ach so, ja, das glaube ich ist keine gute Idee. Aber ich hätte dein Bett mir viel krasser vorgestellt, so mit Schnörkel so hoch. Nee, ich bin da einfach gestrickt, ehrlich gesagt. So, wäschte Ständer natürlich auch direkt. Wäschst du selbst? Äh, nein, aber die Lara. Also, und vor die Lara, Putzfrau oder selbst? Ja, äh, Putzfrau. Hast du insgesamt eine Putzfrau? Irgendwie, du bist ein bisschen müde. Zweimal die Woche, ja. Ja, hier haben wir noch unser Badezimmer. Ja, komm, gucken wir mal rein. Hauptbadezimmer. Hauptbadezimmer. Oh, aber sehr sauber. Ja, natürlich. Das ist auf jeden Fall. Pepe, komm mal rein hier. So, du warst hier auch schon mit Max spielen. Du kannst dich wie viel zu Hause fühlen. Das ist unser Basis, unsere professionelle Dusche. Die ist echt geil, muss ich sagen. Willst du mal duschen gehen fürs Video? Nein, auf gar keinen Fall. Aber hier sind Schränke, oder? Hier ist dein Zeug drin. Da ist unser Zeug drin, ja. Also das ist ihr Zeug, mein Zeug links. Hier. Ja. Ich guck mal, ja? Ja, guck mal. Aber auch so ordentlich. Natürlich. Hallo. Ey. Die Lage räumt das alles ein. Das muss ordentlich sein. Bist du ordentlich oder sie ordentlich? Sie ist ordentlich. Okay. Ich nicht. So, hier ist ja unser Flur. Den habt ihr ja schon gesehen. Ich hebe mir mein Geld aus. Oh, ist das ärgerlich. Jetzt bin ich richtig in... 400, ja? Ne, das sind 490. Mir fehlt ein Zehner. Ah. Ich krieg's beim nächsten Mal. So, dann lass ich mal weiter gehen. Ja, bitte. Angangsbereich, hab ich ja schon gesagt. Ja, was ist hier? Schusschrank mit Jackenschrank und alles. Ja, das ist ein bisschen problematisch. Warum? Das muss man so von... Ach so, so sind diese Designerschränke, ja? Ja, genau. Warum machst du nicht einfach... Aber den kannst du so auf. Warum machst du... Ja, aber weil der schief gebaut ist. Warum machst du da nicht einfach einen Griff ran? Ja, weiß ich auch nicht. Ui. Ist das dein... Ist das wem gehalten? Diese Jacke? Ja, das ist meine. Komm, Timo, führ mal diese tolle Jacke. Das ist eine meiner... Philipp! Zwei Winter, ja. Philipp-Lein. Die ist auch schon ein bisschen älter. Also, die hab ich nur noch ganz... Du hast so viel Geld und kaufst dir sowas. Ja, ich... Da ist nicht so hingepasst. So, weiter geht's. So, dann haben wir hier Wäsche. Die Laras-Bereich? Also... Ich muss sagen, das sieht auch ganz gut aus. Ja. Dann haben wir hier noch ein Badezimmer. Noch eins. Ach ja, das kenn ich. Komm mit rein. Warum ist hier eine Zahnbürste? Ja, weil wir ja jetzt gerade in dem anderen Zimmer hier schlafen. Und deswegen spritzen wir auch hier Zähne. Weil ihr nicht nach da laufen könnt. Ja, ist zu weit. Weißt du in einer großen Wohnung? Was sagen wir mal? Hier ist... Hier hat sie auch nochmal komplett... Das ist nicht wie bei dir in einer Einzimmerwohnung. Ja, hier hat sie auch nochmal komplett Schminke. Ja, was erwartest du? Das ist eine Frau. Remington. Ist das deiner oder ihrer? Das ist meiner hier. Das nächste Zimmer ist hier rechts. Das hier? Ja. Das ist ein Gaming-Zimmer? Das ist ein Gaming-Zimmer, ja. Ach, ich komm nicht da. Falscher Knopf. Ui! So. Und daran... Man merkt übrigens, Timo, wer wirklich richtig reich ist. Weil Standardskill hat auch eine goldene Playstation, aber die hat er im Koffer weggepackt. Und du spielst wirklich mit deiner goldenen Playstation? Geh mal zur Seite. Ja, natürlich. Warum nicht? Das ist pures Gold. Ja, 24 Karat sollen das sein, glaube ich. Also, ja. Und du spielst auch mit den Kontrollern. Ja, klar. Deswegen bist du seitdem so gut. Weil ich und Max spielen öfter bei ihm auf Twitch Call of Duty zusammen. Und wenn jemand einen Kill mehr hat, kriegt er, wir waren früher bei 50, jetzt sind wir bei 100 Euro. Ach, guck mal an hier. Genau, jetzt hab ich einen zweiten Stuhl, falls du mal vorbeikommen willst. Noble Chairs, ui! Wenn du mal vorbeikommen willst zum Streamen. Dann hat dir ein Anwalt geschrieben? Hm, ja. Rechtsanwalt. Ja, stimmt. Du bist verklagt? Nee. Ist keine Klage, aber ich hab den Anwalt gebraucht. Du musst 91 Euro zahlen. Ja, das geht noch. Also, viel kann er nicht gemacht haben, wenn es nur 91 Euro bleibt. Bist du eigentlich ein Hey-Aaron-Fan? Weil guck doch mal, was da ist. Das ist nicht... Ja, ich muss... Das ist eigentlich nur ein Platzfüller, ein Lückenfüller sozusagen. Das ist... Dass du wirklich mit dem Controller spielst. Ich will jetzt nur mal gucken, man sagt ja... Hallo, hallo. Wenn man bei Gold reindrückt, dann sieht man das wie bei einer Goldmünze. Ich wollte da jetzt nicht reinbeißen, weil du da deine Wichsfoten dran hattest. Ich glaube, du spinnst. Ist das deine Fußballkarriere? Immer bergab? Nee, bergauf. Siehst du, der krabbelt nach oben. Nee, der geht runter. Nee, der zieht sich hoch. Du bist 31. Ja, Shisha brauchst auch. Was ist das? Du trinkst keinen Alkohol und hast eine Bar hier. Ja, weil ich kann, man kann die ja für viele Sachen benutzen. Ich kann ja auch da einen DJ immer spielen lassen. Das ist eigentlich so für den Stream, für den Hintergrund sieht es schon mal geil aus. Bei dir ist alles immer scheiße dunkel und man sieht nichts. Das ist geil. Nee. Hebe, was machst du denn? Das gefällt mir sehr gut. Ja. Und ja. Das ist spannend. Aber ich finde, bei dir liegt zu wenig Sachen rum, über die man sich lustig machen kann. Was ist hier drin? Äh, die Lara. Und wenn man nett ist, sag mal Hallo, oder? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Hallo, die Lara. Hallo. Ja, ist ein Schlafzimmer. Aber hier geht nicht viel, so wenn man da reinguckt. Nee, da geht echt nicht viel. Und dann, ja, Wohnbereich nenne ich es mal. Das ist... Wohnbereich, Küche, Fernseher, der nicht angebracht ist. Ach, ich dachte, der soll so sein. Ja, im Moment ja. Hat es für Samsung nicht gereicht? Für Samsung, nee, das ist noch aus der Türkei, habe ich mitgebracht. Ach, wirklich? Ja, ja. Das Türkei-Samsung. Ja, genau. Archilic. Hattest du, guck mal, hier hilft. Ja, wir hatten heute ein bisschen Besuch. Ich war nicht eingeladen. Nein, stimmt. Du warst ja, wo warst du? In Hamburg, ja. Ja, siehst du unter dich. Achtung, Aaron. Auf jeden Fall habe ich dir hier noch ein bisschen was vorbereitet. Das ist das. Falls du noch was haben willst. Das ist ja nicht. Essen von Dienstag noch. Nein. Ja, und Spieletisch, den kennst du ja auch ganz gut. Ja. Aber das ist voll traurig. Ach, guck mal, hier noch ein Aaron-Fan. Guck mal, da unten hat er einen Troschi zu stehen. Der ist 500 Euro wert. Echt? Ja, du könntest mir mein Geld wiedergeben und behältst den. Nee, ich habe den ja sowieso schon. Ja. Also von daher, ja, Spieletisch kennst du schon. Ja, wir müssen mal hier hinten. Warum hast du hier einen Ritter? Frag mich nicht. Keine Ahnung. Die Laras Schmuck. Ach so. Nicht meiner. Ich trage keine goldenen Uhren. Nee? Hast du keine fette Uhr? Ich trage gar keine. Rolex wie alle anderen? Nee, gar keine Uhr. Ich habe hier noch nichts wertvolles. Ich gucke, ich gucke. Hast du nichts wertvolles gesehen? Nur die Playstation? Ja, ich gucke immer auf mein Handy. Ich brauche keine Uhr. Ich habe auch nichts wertvolles zu Hause. Was soll ich hier haben? Was ist der wertvollste Besitz, den du hast? Und komm jetzt nicht mit meinem Sohn oder so eine Kacke. Mit dem wertvollsten Besitz. Und auch nicht mit die Lara, so eine Kacke. Oh, nee. Das, äh. Keine Ahnung. Du musst doch sagen, was dir hier am wertvollsten ist. Wenn du umziehst, was nimmst du mit? Warum ist hier noch ein Tisch? Mein Streamingzimmer. Warum? Wegen den 300 Zuschauern? Ja, aber das ist am wertvollsten. Das stimmt. Das brauche ich. Das macht Spaß. So und sonst gar nichts. Bargeld. Nein, du hast kein. Max hat kein Bargeld zu Hause. Jetzt hat er 500 Euro zu Hause. Ja, sonst gar nichts. Sonst gar nichts. Ja, und Balkon. Voll traurig, Max. Ja, schade, ne? Hast du gedacht, so jetzt kannst du mal zum Fußball nach Hause, dich ein bisschen lustig machen in deinen Videos. Ja. Hätte dir gut gefallen, ne? Ja, ich gucke mal in den Kühlschrank. Ist das schade, ne? Das ist auch, du säugst ganz schön viel Cola. Ja. Mach mal den Tisch an. Das ist der Grund, warum ich immer herkomme. Ja, das dauert aber jetzt auch ein bisschen. Ja, wir haben ja Zeit. Ja, klar. Also ich wollte morgen noch, äh... Was steht denn morgen an? Morgen, morgen muss ich noch in die Stadt. Warum? Morgen ist Feiertag, du weißt. Ehrlich? Ja. Oder? Nicht? Nicht hier, siehste. Nicht hier. Ich mach morgen frei. Okay, also ich muss in die Stadt, weil wir fliegen noch, äh, morgen nach Frankfurt. Ja. Dann zum Nürburgring, am Wochenende ist ja 24 Stunden Rennen. Und was brauchst du aus der Stadt? Äh, wir müssen noch ein paar Sachen besorgen. Was denn? Privat. Autoreifen? Privat. Kann ich nicht drüber reden. Deo? Hast du die? Also geht da einfach shoppen. Genau. Hast du jetzt 500 Euro mehr? Genau. Boah, das werde ich nicht mal mit Edsense mit dem Scheiß-Video einbinden. So, der Tisch dauert ein bisschen zum Hochfahren. Genau, deswegen kommst du da mal her. Ja. Weil eigentlich beherrschst du keins von diesen Spielen, was auf diesen Tisch gespielt werden Nee, das stimmt. Pokern habe ich verloren. Aber Max, erzähl doch mal, wie haben wir uns denn kennengelernt? Wie wir uns kennengelernt haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es voll vergessen. Ich glaube, du hast mir bei Instagram geschrieben, als ich gesagt habe, Karriere soll nicht zu Hertha wechseln. Was war dein best dotiertester Vertrag? Mein best dotiertester Vertrag ist, glaube ich, relativ einfach zu beantworten. Das war der in Istanbul. Ach so. Was hat man da so verdient? Ich habe ja keine Ahnung. Das ist keine Ahnung, ne? Ach guck mal, der Tisch ist da. Also ich habe, willst du jetzt die Antwort wirklich hören? Ja, bitte. Dann hat die Bild auch wieder was zu berichten. Ja, stimmt. Haben wir ja lange nicht gehabt über mich. Also ich sage mal so, ich würde sagen, im Durchschnitt drei Millionen netto im Jahr. Netto ist raus sogar. Ja. Steuern gibt es nicht. Also gibt es schon, aber es wird immer schon abgezogen. Krass. Ja. Ich wollte sagen, du bist mein bester Freund übrigens. Und dann nimmst du mir noch 500 Euro weg, den armen YouTuber? Ja. Ich nehme jedem Geld ab, der mir gegen mich spielen will. Das ist eine Prinzipsache. Ich glaube, ich nehme auch meiner Freundin Geld weg, wenn sie hier gegen mich spielt. Das stimmt. So, aber hier sind die Spiele eben drauf. Welche spielen wir immer nochmal? Wir spielen Magic Tower, heißt das. Ja, und was man eben sagen muss, das muss man wirklich leider sagen. Viele denken ja, du bist Stroh-Dunz. Viele denken das? Ja. Also so weiß ich nicht. Also ich glaube jetzt nicht, viele würden sagen, wenn es jetzt um meine Doktorarbeit geht, rufe ich den Kruse an. Da würde ich mich ja selber auch nicht anrufen. Ich mich ja. Es gibt ja zwischen Intelligenz und Cleverness. Stimmt, du bist clever. Ich bin clever. Ich bin intelligent und clever. Und schlau. Noch nicht schön. Doch, das auch. Nee, also Schule aufgepasst habe ich auch nicht so, aber cleverness habe ich, glaube ich. Das stimmt. Also dieses hier ist wie solitär, da ist der so gut drin, dass ich aggressiv werde beim Spiel, weil er mir noch Tipps geben will. Ja, da bist du nicht der Einzige, der aggressiv wird. Mehr ist in deiner Wohnung nicht los. Das ist voll langweilig. Ja, das hätte ich dir auch vorher sagen können. Hätt ich mich nicht um eine Uhr wecken müssen. Ich war ja schon oft genug hier, aber ich dachte, du hast... Warte, es ist aktuell. Es ist 2.14 Uhr. Ja, wir sind erst 15 Minuten hier. Ja. Wir müssen noch die Trikots signieren. Wir müssen noch 2 Videos aufnehmen. Oha, was für Videos denn? Für Wilkes Fußballverein. Für wessen? Wilkes Fußballverein. Wilkes Fußballverein, okay. Aber jetzt gibt es hier noch irgendwas in den Schränken? Ich habe ein bisschen wenig in Schränke geguckt. Aber das Badezimmer war so ordentlich. Hier in der Küche. Hier sieht es aus wie bei den Wollnys. Aber das ist nicht schlimm da hinten. Das ist ja auch, wir hatten ja gerade Besuch. Das kommt ja alles. Sollen wir das jetzt schon runter tragen? Ja, aber das hättest du ja mit Dilara direkt runterbringen können. Also das machen... Morgen kommt ja meine Haushaltshilfe. Und die macht das dann hoffentlich. Aber hier ist Getränke. Also das kann ich noch welche machen. Wo putzt du jetzt? Ja, weil das mag ich nicht, wenn das da auf dem Boot ist. Was denn? Ja, es ist nur nass, aber ist ja egal. Achso, was ist denn da? Okay. Weiß ich nicht, was es ist. Aber irgendwas ist es. Oh, mir ist jetzt hier auch ein bisschen Cola ausgelaufen. Das ist jetzt echt doof. Dann weck mal die Lager. So, komm, ich helf dir. Wir sind doch ein Team. Ja, klar. Du mein bester Freund. Ganz schön viele Shichas. Ja, stimmt. Was viele nicht glauben, du trinkst kein Alkohol. Das ist korrekt. Warum nicht? Dann wärst du vielleicht mal witzig, sympathisch und nett. Das stimmt, aber ich weiß nicht. Ich hab es irgendwie nie probiert. Hast du nie in deinem Leben Alkohol getrunken? Nicht einmal? Noch nicht ein Stück. Wirklich? Ja, wahrscheinlich auch besser so. Weil ich bin ja so schon ein bisschen... Tollpatschig? Ein bisschen, dann so ein bisschen neben der Spur manchmal. Und mit Alkohol. Nee, vielleicht wärst du dann konzentrierter. Wann warst du denn mal neben der Spur? Ja, manchmal hab ich K-Aussetzer. Also komm, nenn mal deine drei Lieblingsaussetzer. Nee, 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 darüber reden wir jetzt nicht. Ja, mein Lieblingsaussetzer ist die Taxifahrt. Ja, das hab ich mir schon fast gedacht. Das ist eigentlich von jedem der Lieblingsaussetzer. Nee, viele sagen auch ein Video. Ja, stimmt. Und was gibt es noch? Gibt es was Geheimes? Boah, es gibt viele Sachen, die nicht öffentlich sind. Und die sollen auch nicht öffentlich bleiben. Okay. Also von daher, aber... Achso, ich schuld dir noch 10 Euro. Die hatte ich eben nicht bei... Jetzt sind wir bei 500. Ja, das sind schon meine, danke. Das ist alles unspektakulär hier. Es könnte ein bisschen mehr Leben drin sein, sag ich mal. Also ein bisschen... Willst du ein Schaf haben? Ja, ein bisschen mehr Schnörkel, Blumen oder so. Oder Vitrinen oder so. Das ist ja ein bisschen alles... Also, mir steht so ein bisschen zu viel im Raum rum. Das stimmt. Ne? Warte mal, ich sehe da noch einen Bilderrahmen, den will ich mir einmal kurz angucken. Danke. Ach, von Freiburg... Guck doch... Guck doch mal hier. Was ist denn da passiert? Was denn? Guck doch mal, wie süß du warst. Ja, ich war schon immer hübsch. Geht doch. Ja, das habe ich von einem Fan bekommen damals tatsächlich. Und das hast du immer mitgenommen? Ja, das schmeiß ich ja nicht weg dann. Ja, aber wenn der Fan das sieht, wird er sich freuen. Ja, hoffentlich. Was machst du mit den anderen Geschenken? Welchen anderen Geschenken? Ich kriege keine Geschenke. Wirklich nicht? Ja, ab und zu schon. Aber meistens so Schokolade oder was für mein Kleinen. Also jetzt nicht... Nichts für dich privat. Dann schick doch mal ein paar Geschenke an Max. Einfach an die Union Geschäftsstelle. Ein paar Kuscheltiere. Genau. Worüber würdest du dich noch freuen? So ein Riesenteddy? Ja, Riesenteddy, Riesendino wäre nicht schlecht. Ja. Schokolade? Ne, Schokolade erstmal nicht. Ich muss wieder jetzt auch ein bisschen so wie du auf Diät sein. Du bist ein Profifußballer, der schnell fett wird, oder? Nach der Karriere? Ja, sehr schnell. Also wenn ich nicht aufpasse, dann geht das ruckzuck. Reit. Das müssen wir noch für Wilke und Udo machen. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Die hat Pepe letztens extra geholt. So. So, und dann unterschreibst du am Maxi. The one and only. Denkst du wirklich, dass du einer der besten Fußballer der Welt bist? Der Welt, nein. Das denke ich auf jeden Fall nicht. Deutschland? Ich glaube, dass ich hätte einer der besten Deutschlands auf jeden Fall werden können. Woran lag's? Ja, weiß nicht. Ich, äh... Berater? Ja, also wenn ich jetzt mein Leben lang komplett auf mein Privatleben verzichtet hätte, dann wäre vielleicht noch mehr drin gewesen, man weiß es nicht, aber das ist ja immer rein theoretisch. Den machst du jetzt für Wilke? Okay, für Silke. Wilke. Übrigens, du bist so freundlich ja auch in der Nacht. Du kannst mal beim Kiosk eine Schicht machen, wenn du möchtest. Also das letzte Mal, dass ich nachts arbeite, das war, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Du hast eine Ausbildung gemacht? Ja. Als? Speditionskaufmann. Achso. Zumindest angefangen. Und da musste ich auch um drei Uhr aufstehen. Angefangen und wie lange hast du das gemacht? Zwei Wochen? Nee, sechs Monate. Und dann bin ich gewechselt zu einem anderen Verein in eine andere Stadt. Da konnte ich das leider nicht mehr machen. Und wie lange hätte man die Lehre machen müssen? Na, drei Jahre. Ja, wow. Hast du ein Drittel? Ja, nee, ein Sechsel. Mann, es ist zwei Uhr nachts. Ja, Mathematik. Nicht deine Stärke. Ich mach die Abmoderation. Ja, mach mal eine richtig knackige Abmoderation. Wie heißt die Sendung hier überhaupt? Hey Aaron, zu Besuch. Wir haben noch keinen Titel, wenn wir Leute nachts nerven. Ach so, okay. Abonnieren und Glocke aktivieren. Also, abonniert oder abonniert da. Ist egal. Abonniert einfach hier irgendwo und klickt auf die Glocke. So Timo, du willst nach Hause ins Bett, wir auch. Bis zum nächsten Mal. Folgt Max gerne auf Instagram mir und tschüss. Mein Krieg. Das habe ich, genau, das habe ich als ich bei Hertha war geschenkt bekommen. Auch seitdem nicht mehr gewaschen. Und guck mal hier, du bist ein richtig... Oh. Oh, ist da Wasser drin? Nee, ist nicht. Nee, sind so Trockenblumen. Okay. Und guck mal, du bist richtig...